Hallelu, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Diesmal sind wir unterwegs hier auf Kamino und heute haben wir keine normale Episode, nein, wir spielen heute nochmal das Heroes Unleashed Event. Jetzt werdet ihr euch wundern, hä, wie soll das möglich sein? Das Event ist doch gerade gar nicht mehr, denn das war ja das Event oder das Unlimited Power Event, so heißt es eigentlich, denn das war ja eigentlich am 4. Mai oder halt um die Tage des 4. Mai rum. Aber ich habe natürlich ein bisschen mehr aufgenommen dazu. Deswegen hier nochmal eine weitere Folge von diesem Kram. Das ist jetzt ein bisschen komisch an, aber ich spreche aus der Vergangenheit zu euch. Naja gut, alles klar. Ich würde sagen, wir nehmen Ray und stürmeln einfach mal direkt rein. Hier können wir ja auf jeden Fall alle oder jeder kann hier einen Helden nehmen oder ziemlich viele. Es gibt insgesamt, glaube ich, dann 10 Helden, die verfügbar sind. Und ja, es ist eine riesengroße Heldenschlacht, Helden versus Schurken mit einem großen Modus oder so zusammen verbunden. Es macht auf jeden Fall Bock. Ich liebe diesen Modus. Es ist super schade, dass der so unfassbar selten irgendwo in... Hä, woher gehst du denn hin, Boss? Dass der so unfassbar selten im Spiel drin ist, ist halt eigentlich nur zweimal im Jahr. Und ja, schade eigentlich. Hätte ich mir eher gewünscht, dass es einmal pro Monat ist, zweimal pro Monat. Oder von mir ist auch jede Woche einmal. Wäre mir lieber. Aber hey, ist leider nicht so schade, schade drum. Aber hey, auf jeden Fall nützen wir die Zeit ganz gut aus und spielen den jetzt hier... Ah, das wird überhaupt nichts werden. Nein, lass mich in Ruhe, Eiden, Hilfe. Spielen den nochmal so ein bisschen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, hier ist aber viel zu viel los. Ich glaube, das sollte ich mich... Oh mein Gott. Ich glaube, das sollte ich mich lieber nicht trauen. Aber auf den kleinen Mann gehen wir hier. Den holen wir uns. Ja, oder auch vielleicht nicht. Lieber weg hier. Das sind halt so viele hinter mir, ne? Das ist so krass. Das ist viel zu krass. Das ist noch Kylo. Den schnappen wir uns. Gegen einen können wir uns wagen. Wir sollten auf jeden Fall nicht unseren Helden wegwerfen, auch wenn man das hier mal locker machen kann. Man kann hier auch einfach mal so just for fun rein. Und der will mich bestimmt wegziehen, oder? Der will mich da bestimmt den Abhang runterziehen. Schnell weg hier. Hallo, Vader. Ja, das Kanonbrot schießt hier auch noch voll rein. Also das ist... Ja, jetzt kriegen wir ihn sogar. Ne, wir kriegen ihn. Na, komm. Ein Hit noch. Oh, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Nein. Aber wir haben ihn auch mitgerissen. Sehr schön. Okay. Findestfrei. Den nehmen wir auch. Auf geht's. Wieder ab in die Schlacht, liebe Leute. Wir haben heute natürlich auch wieder eine Frage des Tages. Und diese ist heute. Wer ist bei dem Meeting im Konferenzraum des Todessterns? Der einzige Teilnehmer, der stehen bleibt. Schreibt jetzt eure Antwort in die Kommentare. Und am Ende wird das Ganze wie immer aufgelöst. Und jetzt holen wir uns erstmal den Maul. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht holt er mich. Ich weiß es nicht. Ne, ich hab hier noch Unterstützung. Ich hab hier noch Unterstützung. Maul, du... Ja, wusste ich doch, dass ich Glück gehabt habe. Ich dachte schon, das war... So voll überheblich. Und dann schmeißt er mich einfach runter. Okay. Aber wieder ab in die Schlacht, Leute. Ah, der Lando, der hier steht. Der hat mir eben geholfen. Okay. Kann man hier so ein bisschen reinschießen? Na, ich glaub, das wird nichts. Komm, laufen wir lieber. So, jetzt auf der anderen Seite. Hier sind auch noch ein paar Gegner. Das ist wieder ein Vader. Es ist plötzlich so kalt. Du läufst auch durch Regen mit deiner Jacke. Die ist doch komplett durchnässt schon. Da ist er, okay. Nice, okay, den haben wir auch. Mal gucken, wie viele Helden wir so kriegen. Ich find diesen Modus oder diesen DC-Vendor halt einfach so geil. Weil halt einfach mal jeder mit den Helden einfach nur reinrushet. Es spielt hier keiner... Nein, jetzt war's das mit uns. Es spielt hier keiner irgendwie richtig krass taktisch oder so. Sondern halt einfach wirklich so ein bisschen... Einfach mal drauf los, ne? Das ist super. Ach, dann gleich nochmal finden. Wenn da kein anderer frei ist. Ich glaub, Chewie war noch frei. Aber ich hab einfach schnell gedrückt, damit ich irgendjemanden kriege. Das ist auch wieder mein guter alter Kumpel. Lando Schmando. Ach, find ich bin ich sowieso recht selten. Von daher, glaub ich, mal cool, dass man den sieht. So, Robert, dich haben wir. Rushen wir hier nochmal zu der Landestelle. Die andere haben wir gerade wieder sicher, wo ich eben gerade gestorben bin. Hat irgendjemand noch Action gemacht? Oh, Ray, wo weghauen. Komm mal her, du. Nein, du nicht. Ich will die nochmal... Aha, das ist... Ja, gut. Wir ziehen uns lieber zurück und sichern die andere Landestelle. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Naja, das war auch nix. Komm, lauf mal zurück. Und versuchen, da vorne sie abzufangen. Na, hier ist fette Heldenparty. Guckt euch das mal an, wie viele Helden hier sind. Mann, das ist so krass. Ist so krass. Wir holen mal uns alle. Wieder den Robert geholt. Ja, nice. Oh, die sind aber schon hier reingerusht. Die sind schon an der anderen Seite durch. Komm her, Imperator. Komm her. Der haut ab. Alter Mann im Anzug. Oder Alter Mann im Mantel. Wie sagt denn der das immer? Alter Mann im Bademantel. Der hängt hier irgendwie am Rohr fest. Ich komm nicht weg. Hilfe. Was ist... Hilfe. Was soll ich denn da machen? Oh Mann. Tja, gerade kein Held frei. Dann gehen wir einfach mal mit unserem Normalo rein in die Schlacht. Komm, wir versuchen einfach mal alles zu sprengen, was geht. Und möglichst viel Schaden zu verursachen. Ich glaub nicht, dass wir lange leben. Boah, besonders nicht, wenn Grievous hier kommt, ey. Ah, jetzt ist Obi-Wan frei. Siehst du mal. Perfekt. Oh yeah, sagt er schon. Ja, das glaub ich auch, du. Okay, diese Kaserne hier ist recht schwer einzunehmen eigentlich. Ich weiß noch nicht... Ach mein Gott. Ich weiß noch nicht genau, ob die Gegner es gerade hier einfach viel dominanter sind, als wir. Den rechten Punkt jetzt von mir aus gesehen werden, die safe kriegen. Den hier sollten wir versuchen noch... Ja, wie soll ich denn das denn kriegen? Ich muss vielleicht einmal außen rumlaufen. Den hier sollten wir vielleicht versuchen zu verteidigen noch im besten Fall. Und wir stürmen einfach rein, wie gesagt. Einmal mal rein da in die gute Stube. Den muss man auch gar nicht unbedingt immer so super taktisch spielen, dass man sich denkt, oh, jetzt verliere ich aber den Helden und oh, jetzt verliere ich aber den Helden und oh, hm, hm, hm. Hä, was... Wie kommst denn du hierher? Wie kommst denn du hierher? Hat der da gewartet jetzt, weil ich ihm die Tür aufgemacht hatte vorhin? Das gibt's ja gar nicht. Hat er fonctionne? Cool. Hallo? Oh, jetzt geht er weg. Na gut. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Oh, 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 oh. Mein Gott, ich glaube ich gehe drauf, ich gehe drauf, ich gehe drauf, ich gehe drauf, ich habe selber fee. Aber ja, Grievous, dich nehmen wir mit. So aber nicht. Haha. Okay, aber ich bin fast tot, Mann. Ich bin fast tot. Das sind so viele. Komm, wir versuchen nochmal den Machtschub rein zu pfeffern. Das hat ja überhaupt nicht geklappt. Das hat ja überhaupt nicht geklappt. Luke, nimm dir kein Beispiel am alten Ben. Das war nix. Versuchen wir es mal auf der anderen Seite vielleicht. So, jetzt aber mit Finn und Leia. Mit Finn und Leia in die Schlacht. Das fass mal. Oh, Meister Yoda ist auch noch da. Oh, Grievous kommt. Ah, und jetzt wird die ganze Zeit von hinten beschossen. Das ist ja super nervig. Mann, Leute, die brechen hier durch. Ich glaube nicht, dass wir das halten, ey. Wir werden das safe verlieren, glaube ich. Das wird nix werden, aber den Imperator reißen wir mit. Jawohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Noch ein Nachtschub hinterher. Haha. Lauf, Anakin. Mann, die sind hier überall da. Also, der hat die Leia um. Der hat die Leia umgehauen. Den will ich jetzt. Den will ich jetzt. Den will ich jetzt. Wieso kriege ich ihn nicht? Nein, ich bin zu gierig gewesen. Oh, Chewie oder BB-8? Auf geht's, Chewie. Stürmen wir. Ich glaube, die kommen gleich durch. Das ist das Problem. Die waren schon beim letzten Eingangstor da. In diese Klonenanlage. Das ist, äh... Ich glaube nicht, dass wir unsere Verteidigung noch lange erhalten wird. Das wird schwierig. Ja, die sind hier vorne schon. Die sind hier schon durch. Die sind hier schon halb durch. Irgendwie. Das macht doch keiner an, aber... Die haben es schon, glaube ich, so gut wie. Komm weg mit dir. Ja. Ah, da ist jetzt auch noch so ein dover Droidiker. Ah, noch haben sie es nicht viel anbekommen. Ah, das verdammte Bossgift hier immer. Da sind sie. Leute, ich helfe euch. Leia, komm, schießt ruf. Stürmen. Rein da. Da ist... Wer ist denn das? Oh mein Gott, ey. Es sind so viele Effekte und überall Gegner. Und mein Gott, da ist ja alles voll. Die machen es wieder an. Das ist nicht gut. Aber ich kann gerade nicht viel... Ach, mein Gott. Ich kann gerade nicht viel machen mit dem Ollen Chewie. Hier ist auch irgendwo noch einer, ne? Hier sind die irgendwie... Die sind schon alle in unseren Spawn gerannt hier. Die machen nur das Ding noch nicht an. Jetzt vielleicht wieder. Da halten aber auch immer wieder ein paar Leute von uns stand. Ja, ja, jetzt holen wir uns den Count. Verdammt, der Count ist entkommen. Oh, gut, jetzt kommt der Imperator. Entdeckung, Chewie, Entdeckung. Ich glaube nicht, dass... Ach, ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass sie noch wegkommen. Ja, jetzt ist wieder Finn frei. Gut, heute ist der Finn-Tag anscheinend. Immer wieder den guten Finny-Boy. Mann, 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 Mann. Ja, jetzt... Jetzt wird es schwer, hier langsam noch rauszukommen, ne? So langsam wird es schwierig, hier noch irgendwie aus dem Spawn zu gelangen. Da haben sie auch noch diesen Phasma-Droiden stehen. Das ist ja auch eine miese Nummer. Aber da ist es schon. Die schnappen wir uns jetzt. Die schnappen wir uns jetzt. Und Kylo auch noch. Kylo auch noch. Jawohl. Ich kriege den nicht. Verdammter Mist, Leia. Wieso haben wir den nicht bekommen? Ach, und jetzt wirft er mich weg. Aber jetzt ist er down. Okay, perfekt. Okay, wir haben es irgendwie gerade wieder so ein bisschen zurückerobert, habe ich den Eindruck. Dass wir hier die heiligen Hallen geschützt haben. Und ich fliege nur noch durch die Gegend, Mann. Ich fliege nur noch durch die Gegend. Komm, ich will irgendwas mit meinem Zielschluss noch treffen. Ich habe den die ganze Zeit angeschmissen und konnte irgendwie kaum den ausnutzen. Okay, Chewie, mach das. Komm, ich haue hier mal die Tarnung rein. Oh nein, der will das extra anmachen. Der spielt voll objective. Ah, das werden sie hinbekommen. Wenn dann noch einer mit dem BB-8 so reinrollert, dann schaffen sie das auf jeden Fall. Aber wir haben die gerade so gut zurückgeschlagen, ne? Das ist krass. Das ist richtig krass. Okay, die holen wir uns auch noch. Die fassen wir mal. Komm. Mit Finn klappt es heute ganz gut eigentlich, ne? Ah, laufen sie wieder durch? Ne. Die sind halt ganz kurz davor, das zu schaffen. Haben wir hier nochmal irgendwo? Oh mein Gott, oh mein Gott. Er will es anmachen, er will es anmachen. Ne. Der wird von allen verkloppt. Ne, da kommt jetzt BB-8 irgendwo, oder? Oh, die laufen alle durch. Mann, oh Mann. Ich bin kurz vorm Sterben. Oh, durch das Gift, verdammt. Mist. Okay, Layer könnten wir nochmal nehmen. Aber ob ich da noch rechtzeitig hinkomme? Es wird richtig knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass es so knapp wird. Jetzt machen sie es an. Oh, Leute, oh, Leute, oh, Leute. 13 Tickets haben sie nur noch. Wir könnten das sogar schaffen zu verteidigen. Ich habe eigentlich fast schon am Anfang, wo die uns hier so in den Spawn reingedrückt haben, habe ich eigentlich gedacht, das war es jetzt. Aber wenn da einer noch einmal durchkommt, ne? Mit dem BB-9E oder so. Dann kriegt er das so schnell an. Das wird man nicht verhindern können. Pamm, ich halte die hier auf. Ich halte die hier auf. Oh, irgendjemand hat es wieder gerade angemacht. Ah, was ist denn da los? Ah, schade. Irgendjemand hat es anbekommen anscheinend. Ich hätte gerade noch Layer nochmal auswählen können, aber naja. Kannst du nichts machen, Leute. Kannst du nichts machen. Schade, schade. War aber trotzdem eine richtig knappe, coole Runde. Macht mal wieder Spaß. Ich liebe es. Schade, dass es so selten in das Spiel kommt. Richtig, richtig schade. Wir hatten eine Frage des Tages. Die Antwort darauf ist heute Darth Vader. Und damit war es das mit dem Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.